Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von einfach elektrisch. Ja, ich habe mir endlich mal die Mercedes Mi Charge Tarife, die neuen, unter die Lupe genommen. Und klar wird das Video heute so ein bisschen Mercedes-lastig, aber all den anderen, die vielleicht kein Mercedes fahren, ist das Video, glaube ich, hochspannend, weil man sich schon die Frage stellt, warum andere Anbieter, ich habe es ja so ein bisschen im Teaser-Bild angeteast, nicht auch diese attraktiven Konditionen bieten können. Das einfach mal so eine Frage in den Raum. Ich selber habe ja mit Mercedes Mi Charge gar nicht mal immer nur positive Erfahrungen gemacht. Erinnert euch bitte mal an das Video mit dem Standzeitzuschlag, wo ich mit der lieben Frau im Kino war, James Bond gucken war, nebenbei das Auto in der Tiefgarage des Kinos geladen habe und dann über 1 Euro pro Kilowattstunde zahlen durfte. Und da hat mir ja Mercedes Mi Charge über, überhaupt nicht gefallen. Das hat aber Mercedes Mi Charge auch erkannt, gar nicht mal durch mein Video, sondern generell, glaube ich, durch die Informationen ihrer Kunden, die vielen Nutzer der Mercedes-EQ-Modelle und hat im Prinzip drei neue Tarife auferlegt, wo aus meiner Sicht es ein absolutes Must-Have ist, wenn man ein EQ-Modell hat, auch eine Mercedes Mi Charge-Karte zu beantragen, sich zu registrieren und sie zu nutzen. Dafür habe ich natürlich auch wieder Unterstützung bekommen von meinem Kooperationspartner Sternauto mit 22 Standorten in Deutschland, die mir tolle Visualisierungen für die neuen Mercedes Mi Charge-Tarife zur Verfügung gestellt haben und natürlich auch viele, viele Background-Informationen dazu gegeben haben. Also seid gespannt auf wesentlich tolle Tarifneuerungen bei Mercedes Mi Charge, wie ihr es nutzen könnt und warum es eigentlich auch am besten auch bei anderen Anbietern solch gute Konditionen geben sollte. Bevor wir losstarten, schaut ihr bitte mal nach, ob ihr schon Teil der Einfach-Elektrisch-Community seid. Wenn nicht, würde ich mich freuen, wenn ihr dazu stoßt und den Kanal durch ein Abonnement unterstützt. Und jetzt starten wir mal durch und ich zeige euch die geilen neuen Mercedes Mi Charge-Tarife. Bevor wir aber losstarten, schauen wir erstmal an wie vielen Ladepunkten wir in Europa denn mit Mercedes Mi Charge laden können. Es sind aktuell 359.231 Ladepunkte und dafür mal einen riesen Applaus, dass die Elektromobilität so schnell voranschaltet und wir so viele Ladepunkte haben. Als ich in die Elektromobilität gestartet bin, waren es glaube ich so bei 150.000, wenn ich mich nicht irre, in Europa. Ihr seht, es hat sich mehr als verdoppelt in den letzten Jahren und man kann heutzutage glaube ich sehr, sehr gut mit einem reinen Elektroauto auch auf Reisen verreisen. Und bevor wir losstarten, zeige ich euch natürlich erstmal den Standard-Tarif. Der ist natürlich als Tarif S angelegt an das, was es bisher von Mercedes Mi Charge gab, nämlich an betreiberspezifische Konditionen. Das heißt, ihr müsst dann in der App nachschauen, wie viel der Preis pro Kilowattstunde an der jeweiligen Ladestation ist, bevor ihr startet und ob es, so wie ich ja damals auch in die Falle getappt bin, entsprechende Blockiergebühren gibt. Hinzu könnt ihr natürlich auch bei Ionity zum, ich sag mal, Public-Tarif von 79 Cent pro Kilowattstunde laden. Ich finde, das ist auf jeden Fall mal der Minimum-Tarif, den jeder Mercedes-Fahrer eigentlich haben sollte. Wenn ihr euch aber ein EQ-Modell kauft, dann bekommt ihr zum Beispiel auch bei den Plug-in-Hybriden schon im ersten Jahr die Grundgebührbefreiung für den Tarif M. Das heißt, normalerweise kostet der 4,90 Euro monatlich, ist aber im ersten Jahr als PHEV, also als Plug-in-Hybrid, kostenlos. Absolutes Must-Have für alle Plug-in-Hybrid-Fahrer. Bitte ladet eure Plug-in-Hybrids und nutzt dazu gerne natürlich auch, wenn ihr das wollt, hier den Tarif M von Mercedes Mi Charge. Da zahlt ihr AC 39 Cent und habt dann ab 180. Minute je Minute 6 Cent Blockiergebühren. Das ist ganz wichtig. Also bitte, bevor die 180. Minute erreicht ist, dann auch wieder abstecken. DC ladet ihr für 49 Cent, finde ich auch mega, mega spannend. Und zahlt dann ab der 60. Minute natürlich auch eine Blockiergebühr von 20 Cent je Minute, also auch da unter einer Stunde laden. Aber das erreicht ihr eigentlich auch mit fast jedem Mercedes-EQ-Modell, weil der Akku bis dahin schon proppenvoll ist. Sondertarif bei Ionity ist mit drin, mit 49 Cent pro Kilowattstunde finde ich es auch ein mega fairer Tarif, sodass das eigentlich für den Normallader der bestmögliche Tarif ist, den man abschließen kann. Und wo ihr natürlich damit auch günstiger seid, als in den vielen meisten anderen Ladekartenanbietern, die es so auf dem Markt gibt und die ich ja auch auf dem Titelbild entsprechend genannt habe. Für die alljenigen, die Vielfahrer sind oder sich ein rein batterieelektrisches Fahrzeug bei Mercedes kaufen, die bekommen den Tarif L, der 17,90 Euro monatlich kostet, im ersten Jahr ohne Grundgebühr. Das heißt, wenn ihr jetzt startet in die Elektromobilität und einen neuen Mercedes kauft, euch neu registriert, dann habt ihr das erste Jahr mit eurem batterieelektrischen Fahrzeug keine Grundgebühr. Dann quasi ab dem 13. Monat 17,90 Euro. Aber ihr habt sensationell gute Konditionen AC, nämlich 33 Cent pro Kilowattstunde. Und jetzt aufpassen, bis 21 Uhr gibt es die Blockiergebührzuschlag von 6 Cent je Minute ab der 180. Minute. Und von 21 Uhr bis 8 Uhr entfällt ihr. Und dafür gibt es auch einen Applaus. Weil das bietet kein anderer Ladekartenanbieter meines Wissens nach aktuell, da zahlt ihr immer spätestens nach 240 Minuten bis zu 12 Euro über Nacht dann Zuschlagung. Gerade die Laternenparker, die vielleicht in der Stadt wohnen, nicht eine eigene Wallbox haben und über Nacht ihren Wagen laden wollen, da ist das natürlich sensationell. Weil man da halt eben keine Blockiergebühren zahlt und 33 Cent brutto je Kilowattstunde. Das ist doch, finde ich, für öffentliches Laden ein mega, mega Kurs. Und es geht noch weiter. Ihr zahlt DC 39 Cent. Und da muss ich euch sagen, auch das ist doch ein mega, mega geiler Preis. Ich weiß gar nicht, 39 Cent, wo es das eigentlich gab. Das ist schon Jahre her. Ihr erlebt ja die Preissteigerung. Selbst bei Tesla kosten jetzt die Supercharger, glaube ich, schon 56, 58 Cent. Das ist ein mega, mega Kampfpreis. Und damit kann man eigentlich überall, egal wo, sei es bei Aralpuls, bei Shell, egal wo ihr ladet, für 39 Cent. Das ist mega, mega attraktiv. Und da müsst ihr euch mal ausrechnen, wie viel DC-Ladung macht ihr pro Jahr. Ob sich dann das sich sogar lohnt, auch für Normalfahrer, gar nicht mal für Vielfahrer, dann Gänsefüßchen nach dem ersten Jahr die Grundgebühr zu schlucken. Aber durch diesen attraktiven Kilowattstundenpreis am Jahresende doch günstiger geladen zu haben. Ja, Ionity ist leider ein bisschen teurer geworden. Alle Mercedes-Me-Charge-Kunden der Vergangenheit kennen es ja noch für 29 Cent. Da sind es jetzt 35 Cent. Aber ich finde diese Mischung aus DC 39 Cent mit Ionity 35 Cent ist immer noch mega, mega attraktiv. Und für all die Bestandskunden, wie ich es ja auch bin, mit dem EQA 250, der lieben Frau, ihr könnt einen Tarifwechsel vornehmen. Das habe ich jetzt auch getan. Das geht immer über Monatsultimo. Also zum Beispiel jetzt, wenn er es jetzt macht, zum 1.8. Da habe ich auch die liebe Frau sozusagen aus dem Grundtarif S auf L abgegradet, dass sie halt da an öffentlichen Ladesäulen AC, DC und bei Ionity natürlich auch weiterhin preisinteressant lädt. Und ja, ich muss sagen, das ist doch klasse. Wir sind Markenbotschafter bei Geld für E-Auto. Und da könnt ihr für euer rein batterieelektrisches Fahrzeug oder eure rein batterieelektrischen Fahrzeuge, wenn noch nicht geschehen, die THG-Quote beantragen. Und das ist total einfach, indem ihr einfach nur unten in der Videobeschreibung mal nachschaut. Da habe ich euch ein paar Informationen zusammengetragen. Und den Link zu Geld für E-Auto. Das geht sowohl als Privatperson als auch als Unternehmer. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, euch entsprechend zu registrieren, von eurem batterieelektrischen Fahrzeug oder euren batterieelektrischen Fahrzeugen, die entsprechenden Kfz-Scheine mit der Vorder- und Rückseite hochzuladen. In der Regel dauert das keine fünf Minuten und dann übernimmt Geld für E-Auto alle weiteren Prozesse von der entsprechenden Beantragung über der entsprechenden Vermarktung und zahlt euch dann nach Erfolg die entsprechenden Prämie oder Prämien auf euer Konto aus. Wenn euch das gefällt, schaut da bitte in der Videobeschreibung nach. Geht da gerne auf unseren Link. Und wenn ihr unseren Link nutzt, dann unterstützt ihr natürlich auch diesen Kanal. Und dafür sage ich herzlichen Dank. Und da kommen wir auch schon zum Resümee der neuen Mercedes Mi Charge Tarife. Ich bin natürlich gespannt auf eure Meinung, auf eure Kritiken, was ihr sagt. Aber ich muss sagen, eigentlich braucht man doch zukünftig, zumindest als Mercedes-Fahrer, nur noch eine einzige Ladekarte, nämlich die Mercedes Mi Charge Karte. Weil egal ob AC, DC oder Ionity, hat man da meines Erachtens zumindest ab dem M-Tarif und dann insbesondere auch bei dem L-Tarif absolut mega geniale Konditionen. Und für alle, die viel öffentlich laden, glaube ich, wird sich dieser Tarif schnell rechnen. Auch dafür Chapeau Mercedes. Das ist wirklich die richtige Richtung, die ihr da einschlagt, indem ihr halt die Elektromobilität auch durch die Mercedes Mi Charge Tarife attraktiver gestaltet. Mein Dank gilt natürlich an meinen Kooperationspartner Sternauto, die mir grafisch diese Tarife mal so richtig genial optisch aufgewertet haben. Herzlichen Dank dafür und vielen Dank auch für unsere Kooperation, dass ich eure Mercedes-Fahrzeuge immer hier für uns auf dem Kanal testen kann. Ja, das war das Video mal zu den Mercedes Mi Charge Tarifen, die es jetzt aktuell gibt, wo ihr auch als Bestandskunden wechseln könnt. Und schreibt mir da gerne mal in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat. Gebt da gerne einen Daumen hoch dafür. Und all die, die nicht Mercedes-Fahrer sind und es leider nicht nutzen können, appelliert an eure Ladekartenanbieter. Weist sie vielleicht mal auf die Mercedes Mi Charge Tarife hin, weil ich denke mal, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und eigentlich müssten doch gerade die großen Global Player diese Preise mithalten können. Und ich würde mich doch freuen, wenn die Preise mal wieder ein bisschen runter gehen und nicht hoch gehen. Ja, falls ihr auch nicht Teil der Einfallelektrisch-Community seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bleibt bitte gesund und bis bald, euer Olli.